Ah, wer hat die Zange? Wir brauchen die Zange! Nein! Lass mich hier in Ruhe! Oh, wo ist denn das Holzbrett? Leute! Okay, hier ist... Wir brauchen den Hammer. Hammer! Nein, wir brauchen nur noch die Karte und dann werden wir raus. Hey, Leute! Was geht? Cardi war Spielmaps und Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Gameplay und willkommen zu Puppet. Ja, das ist sowas ähnliches wie Piggy natürlich, wie sonst auch. Und es gibt hier drei Kapitel und ich möchte heute die ersten beiden Kapitel spielen und ich hoffe, es wird ziemlich spannend. Tja, wir müssen wieder vor einer Bestie entkommen. Mal gucken, ob wir es schaffen. So, wir spielen Kapitel 1 natürlich im Haus. Ich weiß gar nicht, soll es ein Spieler oder ein Bot sein? Ich weiß es nicht. Ich habe auf Spieler Player gedrückt. Ich will auf jeden Fall nicht das Monster werden. Eigentlich. Aber ich habe auf Player gedrückt. Nun gut, ich bin es nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, aus dem Haus zu entkommen. Dann haben wir Kapitel 1 geschafft. Es gibt natürlich hier wieder eine Intro-Sequenz. So, this is the party. Where is everyone? Ach so, wir werden zu einer Party eingeladen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, ich bin wohl der Erste. Nein, auch das glaube ich nicht. Ja. Natürlich stimmt hier wieder was nicht. Wir müssen wieder einiges sammeln. Okay. Okay. Was haben wir denn hier alles? Okay, ein Holzbrett. Ich habe ein Holzbrett. Was kann ich damit machen? Wahrscheinlich nach oben, ja. Das Haus erinnert mich sehr stark an das Haus von Piggy. Sind die vielleicht... Kennen die sich? Okay. So, was haben wir denn hier? Okay, hier brauchen wir die Zange. Okay, alles klar. Und auch einen gelben Schlüssel. Sollten wir eigentlich alles hinbekommen, gehe ich von aus. So, hier ist jetzt nichts mehr. Ich lasse mich einmal fallen. Wo ist das Monster? Bitte nicht hier. War nicht die Zange irgendwo auch hier? Okay, hier ist das Auto. Hier ist die Garage. Ist hier irgendwas? Ich glaube, das muss wahrscheinlich raus. Wer hat die Zange? Braucht die Zange! Ich nehme mal lieber diesen Schlüssel so lange mit. Oh, da ist auch das Monster. Nein, danke. Hier ist blau. Ah, das Haus ist genau fast das gleiche wie bei Piggy. Okay, das ist rot. Oder hat oben schon eine Person vielleicht die Zange? Oder war es hier? Ich gehe mal vorbei. Hier, den Schlüssel brauchen wir doch auf jeden Fall. Oder? Ah, ich glaube... Nein, der passt nicht. Haben wir die Zange zumindest immer noch nicht? Oh, Leute! Nein. Oh Gott. Nein! Lass mich in Ruhe! Ich glaube, ich kann mich hier fallen lassen. Ja. Ich versuche jetzt nochmal hier. Hier sind nur Patronen. Ja, die brauche ich aber nicht. Ah, ich brauche den Schlüssel. Ja. Diesen Schlüssel brauchen wir. Okay, da ist das Monster. Ich glaube, das Monster hat mich gesehen. Oh ja, es hat mich gesehen. Ich kann jetzt hier die Tür aufmachen, aber... Oh ja, das bringt mir gerade nichts. Oh nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Ich bin noch rausgekommen. Oh Gott. Wer hat die Zange? Leute, wir brauchen die Zange. Hier ist nichts. Hier ist nur der grüne Schlüssel. Dann müsste draußen schon was sein. Immer noch nicht. Oh, hier ist blau. Na ja, super. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Oh, warum wurde ich erwischt? Ich kann mich aber, glaube ich, nochmal reinkaufen, oder? Es gibt doch hier einen Respawn. Keinen Respawn? Oh, warum nicht? Das ist ja... Gut, dann warten wir. Versuchen wir nochmal Kapitel 1. Ach, Leute, komm schon. Wir müssen erst das Haus hier schaffen. Genau. Yes. Nochmal Kapitel 1. Das Haus. Das gruselige Haus. Die gruselige Villa. Ja. Zu dieser Party möchte keiner erscheinen. Ich mach mal Bot. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass ich dran bin. Weil wenn ich gleich dran bin... Wobei, das Monster zu sein hat auch einen gewissen Reiz. Boah, das war knapp. Das war mal ziemlich knapp. Okay, alles klar. Wir versuchen jetzt nochmal zu entkommen. Was spielt ihr eigentlich momentan am liebsten? Piggy oder Puppet oder auch Jeff? Was gab's noch? Gummy. Gerne in die Kommentare damit. So, Leute. Wir müssen jetzt ganz schnell nach oben. Wir brauchen das Holzbrett auf jeden Fall. Ist auch nichts drin. Okay. Da bin ich ein bisschen verwirrt. Was haben wir hier? Das brauchen wir, glaube ich, für draußen. Okay. So, wie sieht's denn oben aus? Haben wir da schon was? Okay, hier brauchen wir wieder blau. Hier haben wir nichts. Okay. Dann geh ich mal schnell nach oben. Hier haben wir alles raus. Die Leute sind, glaube ich, schon oben... Ja, gut dabei. Ich glaube, ihr bekommt das gut raus. Ich glaube, wir werden hier bei Kapitel 1 entkommen. Natürlich nicht. Oh, wo ist denn das Holzbrett? Leute! Ist es vielleicht hier draußen? Nein, natürlich nicht. Es hat bestimmt eine Person in der Hand. Du hast den roten Schlüssel. Nein, rot kommen wir hier nicht weiter. Es muss einer den Schlüssel und das Holzbrett haben. Ich nehme schon mal diesen Schlüssel mit. Aber gelb brauchen wir noch nicht. Ist das euer Ernst? Einer muss das haben. Ja. So, perfekt. Okay. Hier muss jetzt einer aufschließen. Und hier brauchen wir die Zange. Okay, was haben wir hier drin? Ja, das brauchen wir für später, glaube ich. Wir brauchen jetzt die Zange. Hat eine Person. Hier kann man zumindest immer sehen, wer was in der Hand hat. Hast du es? Nein. Keiner von diesen Personen hat es, glaube ich. Guck mal, ob draußen... Nein, hierfür brauchen wir den blauen Schlüssel noch. Hallo, wer hat den blauen Schlüssel? Ah! Ah, der Keller ist auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir hier in den Keller und da gucken, was hier ist. Okay, hier ist... Wir brauchen den Hammer! Hammer! Weil hier ist ein Geheimgang. Den brauchen wir. Hast du den Hammer? Nein, der hat den roten Schlüssel. Der hat den blauen Schlüssel. Ah, hier raus! Raus, 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 raus! Nein, 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 nein! Okay. Das war knapp. Ah, guck mal, rot hat auch schon aufgemacht. Aber hier ist schon alles raus. Ich muss das draußen einsetzen. Ja, perfekt. Warte, ich komme. Jetzt brauchen wir noch das andere von... Ich glaube, da unten. Das ist eine gute Gruppe gerade. Wir brauchen noch diese roten Zahnräder. Aber ich gehe davon aus, dass sie... Entweder unten... Brauchen wir grün? Hatten wir grün schon irgendwo? Oh, ich nehme mal den grünen Schlüssel mit. Vielleicht könnten wir den später irgendwann gebrauchen. Also, wir müssen jetzt unten in den Keller. Ist der unten im Keller immer noch nicht gewesen mit dem Hammer? Nein, immer noch nicht. Ach, Leute. Wo ist denn der Hammer? Ja, hier. Wer hat denn die Zange? Hm. Wird schwierig. Ach, Leute. Wo haben wir das denn? Hier ist der Hammer. Aber die Frage ist... Endlich. Da habe ich selber gar nicht nachgeguckt. Jetzt muss ich nur auf das Monster achten. Okay, alles klar. So, okay. Ah, hier ist die Zange. Okay, perfekt. Und hier kommen wir jetzt auch raus. Alles klar. Gut. Die Zange, die brauchen wir oben. Ich hoffe, das Monster ist nicht oben. Wir haben nur noch zweieinhalb Minuten Zeit. Das wird echt schwierig. Okay, das brauchen wir jetzt, um hier reinzukommen. Das brauche ich jetzt für draußen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Okay, okay, okay. Das muss ich jetzt, glaube ich, draußen platzieren. Ja. So, komm, 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 komm. Ich muss... So, jetzt die Frage, kommen wir raus? Oder was brauchen wir, um rauszukommen? Ja, los, komm, mach auf. Oh nein, sie ist in der Falle. Los, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Mach doch auf. Ich glaube, nochmal. Oh, wir sind raus, wir sind raus, wir sind raus, wir sind raus. Kapitel 1 ist geschafft. Oh, die Polizei ist da. Hey, ihr könnt auch reinkommen. Hä? Wie, ich komme jetzt in den... Ich komme jetzt ins Gefängnis. Ich bin der Falsche. Ach so, Kapitel 2, Gefängnis. Oh, okay, alles klar. Wir haben es geschafft. Vier Leute haben überlebt. Und ich würde jetzt gerne noch Kapitel 2 im heutigen Video spielen. Das wäre super, sage ich euch. Okay, wir versuchen Kapitel 2 jetzt im Gefängnis. Wird deutlich schwieriger. Wir sind ja jetzt zu Unrecht ins Gefängnis gekommen. Das Monster wurde nicht erwischt, aber wir... Ich hoffe, ich bin nicht dran. Ich möchte das jetzt... Ich möchte hier wieder entkommen. Komm schon. Bot. Och, Leute. Ich habe keine Lust. Super. Klasse. Dann wollen wir mal. Okay. Let me out of here. Also, das ist auch völlig zu Unrecht. Wir sind entkommen. Ja. Wir müssen aus dem Gefängnis entkommen, Leute. Definitiv. Okay. So, hierfür brauchen wir bestimmt eine Karte. Okay, alles klar. Alles klar. Ich habe hier schon mal den Hammer. Hier haben wir einen Schlüssel. Grün brauchen wir da. Ich gucke erstmal, ob ich irgendwo den Hammer brauche. Okay. Hier haben wir einen pinken Schlüssel. Okay. Hier kommen wir noch nicht rein. Hier sind die Laser. Okay. Wir brauchen ein Holzbrett auf jeden Fall. Holz, Holz, Holz. Ah, ich kann hier vorne, glaube ich schon. Ja, möchte ich aber eigentlich nicht. Weil, ich muss es riskieren. Nein, 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 nein. Ich habe es riskiert und ich habe es nicht geschafft. Schade. So, wir schauen uns das vielleicht mal ein bisschen an. Kapitel 2. Ob die das schaffen, hier zu lösen. Okay, du hast den pinken Schlüssel. Das heißt, du müsstest einmal hier hin. Was haben wir hier? Den blauen Schlüssel. Den brauchen wir unten für eine Zelle. Du musst nach unten. Nach unten. Da ist die Karte. Hier. Da, 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 da. Ein weiter, ein weiter, ein weiter. Aber da brauchst du hellblau, glaube ich. Ja, du brauchst hellblau. Okay. Hat jemand den hellblauen Schlüssel? Nein, natürlich nicht. Oh, ich würde jetzt so gerne helfen. Aber es klappt nicht. Oh, Game Over. Okay. Gut, passt. Vielleicht können wir nochmal Level 2 spielen. Alles klar. Wir versuchen es nochmal im Gefängnis. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Komm schon, mach ein Bot. Bot ist doch in Ordnung. Dann ist keiner von uns dran. Ich weiß zwar nicht, ob Bot gut oder schlecht ist, aber dann können wir zumindest alle entkommen. Ja. So. Dann können wir vielleicht in einem weiteren Video bald Kapitel 3 machen. Aber ich bin jetzt erstmal für eine Woche nicht da. Und Daniel wird das Spiel nicht spielen. Das heißt, wenn ich zurück bin. Ja. Also. Ich hoffe. Vielleicht gibt es dann auch schon neue Kapitel. Dann kann man 3 und 4 spielen bei Puppet. So. Okay. Alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall ein Holzbrett direkt. Hier ist. Ah, der hellblaue Schlüssel. Der war ja hier unten. Den kann ich ja direkt mitnehmen. Ja. Das war direkt hier. Hier ist aber nichts drin. Okay. Hier sind Patronen. Ich schau mal hier um die Ecke. Also jetzt sollten wir Kapitel 2 doch schaffen. Okay. Du hast einen Schlüssel. Ich nehme mal den pinken Schlüssel schon mal mit. Vielleicht brauche ich den für irgendwas. Ah. Ja. Wir brauchen definitiv das Holzbrett. Ja. Ist natürlich jetzt blöd, dass das Monster hier die ganze Zeit auf der Treppe ist. Das ist natürlich nicht optimal. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Hier sind auch noch Schlüssel. Okay. Aber ich muss jetzt erstmal nach oben das Holzbrett vorbeibringen. Hier haben wir grün. So. Ich muss jetzt einmal ganz nach. Hä? Achso. Ja. Ich wollte ganz nach oben. Da komme ich hier vorbei. Dann mache ich mal einmal wieder. Oh Gott. Ich muss jetzt nochmal den Weg nach oben finden. Aber ich habe das Gefühl, der wartet jetzt die ganze Zeit da. Ja. War klar. Ja. Aber so schaffe ich das doch nicht. Guck. Der wartet jetzt die ganze Zeit da. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Für 20 Sekunden. Klasse. So. Ich gehe jetzt nach oben. Wir brauchen aber direkt eigentlich auch den orangenen Schlüssel, glaube ich. Oder den gelben. Ich weiß es nicht. Okay. So. Ich schaue mal, was wir jetzt hier nochmal brauchen. Pink. Und gelb. Okay. Hat einer von euch? Nein. Natürlich nicht. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mir vorstellen kann, dass das Monster jetzt hier nach oben kommt. ja, das war doch klar. Ja. Aber ich kann hier runter. Sehr gut. Okay. Wir brauchen ein paar Schlüssel. Okay. Du musst nach oben. Das ist ein Hammer. Wir brauchen den hier. Den brauchen wir auch oben. Den schnappe ich mir mal. Jetzt ist der wieder hier. Ich kriege zu viel. Was willst du denn? So. Diesen Schlüssel brauchen wir definitiv auch oben. Weiß nur nicht, was da drin ist. Ah. Pink war immer noch nicht hier. Super. Was haben wir hier? Die Zange. Die Zange war, glaube ich, auch unten. Schnappen wir uns mal nochmal die Zange. Also ich meine, dass die Zange auch hier irgendwo war. Ja. Hier. Braucht die Zange für oben. Oh, sorry. Tut mir leid. So war das nicht gedacht. Ich habe jetzt, die Karte brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir ganz unten am Anfang direkt. Okay. Brauchen wir jetzt wieder die Zange oder was? Gut, dann muss ich nochmal nach, entweder nach oben oder es war hier um die Ecke. Ach, ich weiß es nicht mehr. Also ob es schon wieder zurückgespawnt ist. Ne, ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Hier ist jetzt der blaue Schlüssel. Okay. Dann scheint die Zange woanders zu sein. Ach, hier ist die Zange. Okay. Die nehme ich mir mal gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut, schlecht oder brauchen wir jetzt noch weitere Schlüssel. Warte, wir hatten doch hier oben noch rot, glaube ich. Hier um die Ecke hatten wir rot. Okay, alles klar. Wieso brauchen wir hier irgendwo was Rotes? Ich weiß es nicht. Oh, die Zeit wird auch knapp. Ja, wir brauchen diese Karte. Warte, Grün. Hat Grün schon jemand aufgemacht? Ist doch noch hier hinten. Ja, Grün hat schon jemand aufgemacht. Jemand muss doch die Karte haben. Ah, hier brauchen wir blau. Ach so, das sind die. Hast du blau? Sehr gut. Okay, er hat blau. Hier haben wir jetzt das. Und wir brauchen noch... ein weißes Schloss. Okay, wo war das? Aber damit ist nicht das Schloss hier gemeint, oder? Doch. Okay, wir brauchen jetzt die Karte noch. Wir brauchen die Karte. Wo ist die Karte? Ich wette, die ist oben in diesem pinken Raum. Oh, wir werden nicht entkommen. Ich glaube, wir werden das nicht schaffen. Nein, wir brauchen nur noch die Karte. Und dann werden wir raus. Du hast die Karte. Los, 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 los. Und? Und? Yeah! Ich hab's geschafft. Kapitel 2 hab ich auch geschafft. Okay, wir sind rausgekommen. Es geht danach ja im Wald in Kapitel 3 weiter. Das war's für heute. Mir hat das wirklich sehr, sehr Spaß gemacht hier. Zwei Kapitel direkt in einem Video auch geschafft. Wenn's euch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.